so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal heute gibt es richtig dicke aus schießt und zwar die bombenrohr von explode aus dem hause pyroland wieder ist natürlich alles verlinkt und blablabla ja leider für mich dieses jahr nicht die big shot deswegen haben wir hier die bombenrohre von explode die sind ungefähr gleich wie die sagt man schnell big shot gibt hier drei verschiedene und zwar 1 2 und 3 ich denke das noch mal aus dem kicker ich weiß nicht wollte jetzt den spruch aus kicker machen aber ich habe vergessen ja so sehen die aus 30 mm richtig geil liegt auch richtig gut in der hand wenn ihr versteht was ich meine 18,2 gramm haben wir hier auf diesen ebenfalls und ich nehme mal an 20,5 gramm ist so viel erlaubt noch kurz zum effekt was haben wir auf dem ersten eine ein crackling feuertopf auf die anderen beiden ein gold willow feuertopf dann finden wir gold eine gold palmer mit blau und hier mit weiß glitzer also richtig richtig schön und ohne lang zu quatschen jetzt noch gibt es jetzt die bombenrohr von explode mega gespannt mal gucken was die können viel spaß dabei ich habe die packung mitgenommen die noch zu war also nicht die mir vorgestellt haben und ich habe die panda mount nicht mitgenommen ich bin echt also ich erwarte sehr viel ja das war ja das war der brokatfeuertopf richtig geil das macht pyrus einfach nur geil und drei leider die drei leider schon das letzte letzte. Aber der Tag ist noch lang. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Kommt noch einiges. Das müsste jetzt wieder so ein Gold-Pro-Kartopf sein. Boah! Top Kaufempfehlung, wenn ihr bei Pyroland bestellt. Müsst ihr kaufen. Und die Big Shots sind genauso geil. Richtig fett.